Ich frag mich gerade wirklich, ob ich dieses Video echt online stellen soll. Ja, hallo meine Lieben, heute gibt es ein etwas anderes Video, denn ich bin heute ein bisschen traurig und wer mich vielleicht kennt, der weiß, dass ich versuche dann diese Stimmung mitzunehmen und dann umzuwandeln in etwas Gutes. Und ich nehme heute diesen Tag zum Anlass, über mein Wochenbett zu sprechen. Ich hatte das schon mal angekündigt, dass ich darüber sprechen werde und genau das werde ich heute tun. Warum bin ich heute nicht so gut drauf? Ganz einfach, der Noah, der war jetzt die ganze Woche krank. Man hört es mir auch noch ein bisschen an. Ist ja klar, ist das Kind krank? Ist die Mama krank? Und heute Morgen habe ich ihn halt nach ein paar Tagen kitafrei, als er zu Hause war, wieder in die Kita gebracht und er konnte sich nicht von mir trennen. Er hat richtig geweint. Er war richtig, richtig, richtig traurig. Und das hat mich auch total traurig gemacht. Eigentlich, er geht in die Kita, tschüss Mama, Busi und weg ist er und rennt schon in den Bauraum oder rennt in die Stube und ist total guter Ding und richtig gut drauf, ja. Ich bin natürlich dann auch dementsprechend total traurig jetzt zu Hause angekommen, habe noch schnell die Wäsche gemacht, noch ein bisschen seine Legos weggeräumt, mit denen wir eigentlich die letzten Tage gespielt haben. Ja, und irgendwie vermisse ich ihn total, ne. Also zum Jahreswechsel hatte ich angekündigt, dass es in diesem Jahr auch noch mehr privatere, persönlichere Videos von mir gibt. Das heißt, dass ich auch mehr über die Zeit nach der Schwangerschaft spreche. Entschuldigung, Leute. Und auch eure Fragen beantworten möchte. Ja, und deswegen, ja, der Tachasaut ist schon so ein bisschen traurig angefangen. Da kann ich mit diesem traurigen Thema leider weitermachen, denn mein Wochenbett war nicht so schön. So. Also eigentlich meine Schwangerschaft, die verlief echt super, muss ich wirklich sagen. Also echt toll. Bis auf meine Gewichtsprobleme, die ich hatte in der Schwangerschaft. Ich hatte zu wenig Gewicht. Jetzt werden einige sagen, oh, was hat die für ein Problem? Ja, das war aber wirklich ein Problem. Also zu viel ist, glaube ich, weniger das Problem, als wenn man zu wenig hat. Weil man immer Säure um das Kind hat. Kommt, wird es gesund? Hat das ein richtiges Geburtsgewicht? Hoffentlich kommt es nicht zu früh. Hoffentlich ist alles gut mit dem Kind. Ich habe den Kleinen eine Woche übertragen. Auch alles gut. Und gut, die letzten zwei Wochen, die waren dann schon echt anstrengend. Die waren echt anstrengend. Ist ja klar. Also ich hatte irgendwie 8,5 Kilo zum Schluss drauf gehabt. Und hatte teilweise das Gefühl, ich hatte 80 Kilo drauf. Weil man sich nur noch so durch die Gegend schiebt. Bumm, die Bumm, die Bumm. Ich bin noch bis zum Schluss, jeden Tag mal eine große Runde, also wirklich eine große Runde spazieren gegangen. Zum Schluss war es dann nur noch zwei Kilometer am Tag. Was weiß ich noch, zwei. Ich habe dann jeden Tag, weil die Frauenärztin mir sagte, sie müssen mampfen. Irgendwann mal meinte die das so ab dem siebten Monat oder sowas. Sie müssen jetzt mampfen. Ja, da habe ich mir dann zum Ritual gemacht, dass ich jeden Morgen dann zum Bäcker rüber gelaufen bin. Hat mir einen Croissant geholt. Und bin dann mit dem Croissant mümmelnd dann mal eine Runde gegangen. Ja, mein kleiner Mann in meinem Bauch. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie sich das angefühlt hat, wenn er getreten hat. Ich habe auch noch Bilder vor Augen, wie ich dann immer so die Hand oder so Füßchen gesehen habe. Und das richtig so buck 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 gemacht hat. Ja, der kleine Süße. Ja, und im Wochenbett. Also die Geburt, die werde ich euch mal kurz verlinken. Die ist ein bisschen lang geworden. Das ist ein langes Video, aber ich meine, das ist das längste Video, was ich habe. Aber ich meine, Geburt, ganz ehrlich, wie soll ich denn bitte schon 40 Stunden in 10 Minuten zusammenfassen? Also, wer Bock hat sich das anzugucken, kann sich das gerne anschauen. Mein Mann ist auch da drin zu sehen. Und ja, ich habe vorhin gedacht, als ich mich fertig gemacht habe zum Drehen, habe ich mal kurz diese Erinnerungsbox rausgekramt von Noah. Das wird nicht ausreichen. Ich glaube, ich werde jetzt mal umsteigen auf eine große Kiste. Ich fange jetzt mal an. Erstmal mit dem Oberteil. Das ist das Oberteil, das ich getragen habe während der Geburt. Also wer von euch meine Fitnessvideos macht, der sieht dieses Oberteil auch sehr oft. Ich liebe es. Meine Mama sagt immer, tu das weg, versteck das, pack es gut weg, heb es auf, sonst geht das kaputt. Aber ich liebe das so sehr, ich trage es einfach, weil es gehört zu mir. Es ist mein Geburtsshirt. Ich liebe es über alles. Es ist mein allerliebstes, wichtigstes Stück. Sollte die Bude abrennen, werde ich als allererstes das hier, glaube ich, retten. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man heute noch so ganz leichte Spuren. Das sieht man, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich habe das schon so oft gewaschen jetzt. So oft hat man hier so leichte Spuren. Also sieht man auch ganz leicht von dem, also diese Käseschmiere, die das Kind hat bei der Geburt. Weil man hat mir den Kleinen ja auf die Brust gelegt und, Gott, das ist mir schon wieder so gehört. Da sind auch die Flecken drauf, also auch dieses etwas Schwarze, ne? Ja, mein Baby. Ja, und das ist mein T-Shirt. Also, sorry, Leute, ich bin ein bisschen hormonell unterwegs. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist das T-Shirt, das ist lang. Das habe ich getragen nach der Geburt, nachdem ich geduscht habe. Einen Tag später habe ich das hier. Ich konnte erst einen Tag später duschen. Das war auch eine Katastrophe für mich. Das gehört auch zum Wochenbett. Ja, dann habe ich das hier angehabt. Ja, die Hebammen waren super. Also die Geburt war anstrengend, aber ich glaube, wäre ich nicht in der Uniklinik gewesen. Ich wäre überall woanders aufgeschnitten worden. Aber irgendwann mal haben die Herzzöhne bei Noah versagt. Und auch bei mir waren die Herzzöhne ganz extrem. Ich hatte, ich habe eigentlich einen sehr niedrigen Blutdruck und ich habe einen kleinen Herzfehler. Und dadurch, dass man mir irgendwann mal nachher die PDA gesetzt hat nach 24 Stunden von einer Nachtschwester, die bereits seit 24 Stunden im Dienst war, hat man versucht, mir in den Wehenpausen, in den zwei Minuten Wehenpausen, in dem kleinen Korridor, versucht, diese PDA zu setzen. Ich habe so geheult, Leute. Ich war so fertig. Meine Mama war dabei, mein Mann war dabei und die waren auch nur noch fix und fertig, die Armen. Ich habe letztens noch Fotos gesehen, wie die beiden so auf dieser, auf so einer Couch oder auf irgendwas saßen in dem Kreißsaal so. Der andere so. Es ist so witzig, die sehen aus, als wären die dem Mount Everest gestiegen oder so. So fertig. Und da war ich noch gerade in der Halbzeit sozusagen. Ja. Es ist anders, als man denkt. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt. Ich gebäre das Kind, man legt es mir auf die Brust und alles ist schön. Und bin glückselig und mir geht es gut und alles. Ich war so überglücklich, dass ich mein Kind in den Arm halten darf, dass es gesund ist. Ich habe geguckt, es hat zehn Finger und zehn Zehen, zwei Füße, zwei Arme. Ich habe seine Augen, also die waren, der hatte die leicht auf. Ich habe mir seinen Kopf genommen angeschaut, die Proportionen und dann war ich auch ein bisschen entsetzt, weil man hat ihn mir dann relativ schnell abgenommen zum Wiegen, zum Messen, zum Kontrollieren. Das war dann die U1, aber klar, das muss natürlich gemacht werden. Und dann habe ich die ganze Zeit geguckt, habe den Chris hinterhergestellt. Guck, guck schnell, dass die da nichts machen irgendwie an ihm. Ich habe zum Beispiel nicht gemerkt, und das ist etwas, was mir heute noch hinterher rennt. Ich habe nicht gemerkt, wie mein Mann die Nabelschnur durchgetrennt hat. Ich werfe ihm manchmal vor, dass er mir nicht sagt, guck mal, ich schneide jetzt die Nabelschnur durch. Der hat das einfach gemacht. Und das war der Moment, an dem der Nummer von mir getrennt wurde. Also ich wollte diesen Moment auf jeden Fall ganz bewusst erleben, dass die Nabelschnur jetzt durchtrennt wird. Weil ich werde nie wieder mit dem Kind so nah sein. Ich meine, mein Mann war ja auch total durch. Und man wollte ja eigentlich auch irgendwann mal in Anführungszeichen fertig werden. Und ich habe das nicht mitbekommen, dass er die Nabelschnur durchtrennt hat. Da denke ich sehr oft drüber nach. Und es ist auch kein direkter Vorwurf an ihn. Aber irgendwie, ich merke, dass mir dieser Moment fehlt. Dieses Bewusste. Jetzt denken sich viele, ja, wie kannst du das denn nicht gesehen haben? Ja, ganz ehrlich, ich lag dann auch so die Beine nach oben. Wie auf dem gynäkologischen Stuhl. Und dann war dann der Arzt da. Und der hat mich geläht. Und da war auch so ein wildes Treiben irgendwie. Weil meine Geburt war echt nicht easy. Hebammen waren vor Ort. Und da war echt so richtiges Treiben. Und man hat mich ständig auch gefragt, ob alles okay ist und so. Weil ich war echt fertig. Also ich war richtig durch. Wenn du so einen Aufgang, so einen Untergang, so einen Aufgang siehst, dann denkst du auch irgendwann mal. Weil, also ich war auch wirklich zwischendurch am Halluzinieren. Ja. Boah, bin ich jetzt schon wieder durch, echt. Ich hab noch dieses Gefühl genau bei mir. Und das gehört ja auch zum Wochenbett. Also viele sagen ja dann, ja, man vergisst das alles. Und kriegt das zweite Kind, kriegt das dritte Kind, kriegt das siebzehnte Kind. Mein Gott. Und ich denk mir immer, ihr lieben Mamas da draußen, wie macht ihr das denn? Aber heute hab ich gedacht, ich nehm das mal zum Anlass und ich rede darüber. Ich rede einfach mal drüber, weil vielleicht erreiche ich damit auch viele Mütter da draußen. Und ja, mach auch darauf aufmerksam, dass so ein Moment dann auch praktisch einem genommen werden kann. Weil die Ärzte da zugange sind, weil die Schwestern da zugange sind mit dem Kind, weil dann der Arzt ist da zum Vernähen und so weiter. Ich mein, wenn man einen Kaiserschnitt hat, ist das natürlich nochmal eine Spur härter und man kriegt durch das Tuch echt nicht viel mit, ne? Ja, ich hab sofort gemerkt, der Kleine hat Hunger. Gutes Zeichen. Er hat auch sofort geweint. Weil mein Mann hat auch erzählt, er erzählt das sogar immer noch ab und zu mal, der war nur gerade mal mit dem Kopf draußen, hat er schon gebrüllt. Das passt so nur. Und direkt, also ganz instinktiv, also ich glaub, man muss nicht lesen, nicht schreiben können. Man kann auch völlig ungebildet im Busch aufgewachsen sein. Sobald man das Kind auf dem Arm hat, man weiß, was zu tun ist. Und da möchte ich auch gerne den Frauen da draußen die Angst nehmen, weil die, weil ich höre oft, ja, ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache und so. Vertraut euren Instinkten, ihr werdet schon alles richtig machen. Ich hab sofort das Kind an die Brust angelegt. Sofort. Und weil er auch so gesucht hatte. Ja, das mit dem Stillen hat am Anfang natürlich nicht gut geklappt. Der Milcheinschuss, der kommt natürlich erst. Und die Hebammen, also das Ganze auf der Wochenbettstation, das war echt eine Katastrophe. Also eins möchte ich gerne weitergeben, wenn ihr entbunden habt und ihr bleibt noch im Krankenhaus die ersten zwei, drei Tage, guckt, dass ihr eine Stillberatung bekommt oder dass eure Hebamme zu euch kommt. Also ständig war ein reges Treiben auf den Fluren. Ich hatte auch das Pech, ein Zimmer zu haben, direkt an den Aufzügen. Neben mir auf dem Zimmer war ich mit einer Frau zusammen, welche Zwillinge geboren hatte. Also da könnt ihr euch vorstellen, was da die ganze Zeit los war. Aber ich hab immer nur gedacht, ich muss auf mein Baby aufpassen. Der Kleine, der braucht Ruhe. Ich brauchte auch Ruhe. Ich war so durch. Ich hab nicht geschlafen. Ich hab von Freitag bis Sonntagnachmittag, als der Kleine geboren wurde, nicht geschlafen. Und dann war der Kleine da. Und dann hieß es andauernd nur, von den ganzen Krankenschwestern auf der Station, sie müssen anlegen, sie müssen anlegen. Ja, ich hab die ganze Zeit angelegt, angelegt, angelegt. An die Brust angelegt. Und ich hab auch die ganze Zeit nichts gegessen. Ich war auch echt fertig. Nach einem Tag war ich auch schon blutig an dem Brustwarzen. Der Kleine hatte extrem abgenommen. Ja, am Ende war es auch so, dass man den Kleinen mit der Saugglocke geholt hat. Weil die Herztöne sind abgefallen, extremst. Ich hab das auf dem Monitor gesehen und auch direkt geschrien. Hab gesagt, der Kleine, der Kleine, die Herztöne. Weil ich kann das interpretieren, ich verstehe das. Und die Kram auch direkt und dann wurde auch schnipp-schnapp gemacht. Und dann wurde ich dann auch geschnitten. Und ja, und damit hatte ich leider fast über ein Jahr zu tun. Ja, ich konnte teilweise nicht richtig sitzen. Wenn ich den Kleinen zu Hause gestillt habe, ich hab's manchmal gar nicht ausgehalten. Weil hier oben war's mir alles zu warm und untenrum tat mir alles weh. Ich konnte nicht lange stehen. Ich wusste gar nicht so genau, was ich machen sollte. Weil ich hatte echt Schmerzen untenrum. Und bin dann auch kurz darauf zu meiner Frauenärztin. Sie hat sich das angeschaut. Meine Hebamme hat sich das auch immer wieder angeschaut, als sie mich besucht hatte. Sie sagte, es ist alles sehr gut verheilt. Aber ich hatte echt mega, mega Schmerzen. Und irgendwann mal, nachdem das so zwei Monate vorbei war, war ich bei meiner Frauenärztin. Ich dachte auch, ja, das haben die nicht gut zusammengenäht. Das ist zwar gut verheilt, das stimmt. Aber mittlerweile ist alles wieder gut. Es war auch immer wieder die Frage im Raum, ob man das nochmal operativ, die Narbe praktisch, rausschneidet und nochmal neu vernäht. Aber wir haben uns dazu entschieden, die Frauenärztin und ich, dass wir es nicht machen. Sie meinte, wenn ich nochmal ein zweites Kind bekomme, geht diese Stelle sowieso nochmal auf. Und dann kann man das final richtig zusammennähen. Jetzt ist es so, dass ich echt ein Mega-Horror habe vor einer zweiten Geburt. Das ist so, dass wir es nicht machen.